In diesem Video lernen Sie die Portfolio-Ebene in SAVE kennen. Hier eine Übersicht des kompletten SAVEs in diesem Beispiel mit drei Ebenen der Team-Ebene, der Programmebene und der Portfolio-Ebene. Auf der untersten Ebene der Team-Ebene findet die Entwicklung statt, hier mit den bekannten Rollen aus Scrum, Product Owner, Scrum Master und dem Team. Die Software wird in Iterationen in Sprints entwickelt. Nach jedem Sprint gibt es eine lauffähige Software. Diese werden dann sporadisch ausgebreitet, released und dies findet auf der Programmebene statt. Dies muss alles koordiniert werden. Hierfür gibt es die Portfolio-Ebene, welche in diesem Video detaillierter vorgestellt wird. Die Portfolio-Ebene ist die oberste von SAVE betrachtete Ebene. Den Kern der Portfolio-Ebene bildet die Portfolio-Vision. Die Firmenstrategie muss für eine effektive Umsetzung in die Portfolio-Vision übersetzt werden. Es gibt verschiedene Elemente der Portfolio-Vision. Auf der Portfolio-Ebene werden die grundlegenden wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen. Die strategischen Themen sind spezifisch streibende Elemente, die die Portfolio-Vision mit der Gesamtstrategie des Unternehmens verknüpfen. Man sieht hier in diesem Bild, Enterprise hat eine Verbindung mit den strategischen Themen. Value Streams, auf Deutsch Wertströme, sind längerfristige Entwicklungsvorhaben, mit denen ein kontinuierlicher Fluss von neuen Produkten und Service geschaffen wird. Wertströme werden durch ein oder mehrere Art implementiert. Zum Begriff Backlog. Das Backlog im Portfolio ist das oberste Backlog in SAVE und enthält die priorisierten APICs, welche auf eine Implementierung durch einen Release Train warten. Als kleine Übersicht, wir haben hier auf der Portfolio-Ebene einen Backlog. Dort werden APICs gespeichert. Diese werden weiter verfeinert und im Backlog der Programmebene gespeichert, sogenannte Features, welche wiederum verfeinert werden und in der Team-Ebene in User Stories geschrieben werden. Zu den Rollen der Portfolio-Ebene. Wir haben einen APIC-Owner. Bei SAVE liest die Werteentwicklung in Form von APICs durch den Entwicklungsprozess. Wichtige Bewertungen wie Rentabilitätsrechnung, Priorisierung und Analyse von Konsequenzen hängen sehr oft an APICs. Ein APIC-Owner begleitet sein APIC über diese Aufgaben und Wege. Zum Enterprise-Architekt. Ein Enterprise-Architekt sichert eine Konsistenz der Umgebungen über die verschiedenen Wertströme in Weg ab und vermeidet dadurch in Kompatibilitäten. Einen kurzen Überblick zum Zusammenspiel der Rollen. Wir haben den APIC-Owner oder die APIC-Owners. Diese definieren die APICs und speichern diese im Backlog. Der Enterprise-Architekt legt den Fokus auf die Architektur. Hier noch die Zusammenfassung.